Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Gleiche Aufnahmesession. Letzte Folge war ja sehr erfolgreich. Seid ihr beide vom Stapel gelaufen? Ihr seid jetzt beide vom Stapel gerade gelaufen. Dann brauchen wir direkt zwei neue. So, dann schicken wir euch mal da runter. Dann können wir nämlich unsere Flotte aufstocken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Schiffe. Und wir sind mit zwölf in den Krieg gezogen. Das heißt, wir haben gerade mal zwei Schiffe verloren bei dem Angriff auf die Amara. Und weil es beim letzten Mal so gut lief, machen wir diesmal Aufräumaktionen. Ich will mal gucken, ob wir hier die Konkurrenten nicht irgendwie so ein bisschen ärgern können. Und deswegen mache ich in dieser Folge ein bisschen Tabula Rasa. So, wie sieht es diplomatisch denn derzeit aus? Aha, sie ist ganz gut. Sie sagt, wir sind im Krieg. Sieht das mit ihr aus? Leicht erhöht, absolut sicher, Waffenstillstand erbitten. Hm. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Ja, genau, weil du ja unheimlich viele Chancen hast. Leicht erhöht, Friedensvertrag. Wir machen erstmal Waffenstillstand. Und du? Waffenstillstand unmöglich. Also der ist noch zu amused. Wie sieht es mit dir aus, Amara? Beim letzten Mal haben wir uns so ein bisschen gekappelt. Unmöglich, unmöglich. Naja, wir fragen gleich nochmal nach, würde ich sagen. Ich habe nämlich jetzt Bock. Und zwar, um mich noch ein bisschen zu stressen bei der Amara. Ich würde sagen, wir fahren hier durch. Das heißt, wir treffen uns mal hier oben. Wo kommen die anderen? Na? Wo kommt ihr denn? Da oben. Dann formieren wir uns mal, würde ich sagen. Und gucken nochmal, was die anderen Inseln zu bieten haben von der Amara. Die hat auf jeden Fall jetzt ordentlich Kohle verloren. Richtig viel Kohle. Was wir natürlich auch machen müssen, ist hier aufbauen. Wir müssten hier eigentlich Material hinfahren. Aber das machen wir mal, bevor ich hier irgendwie was vergesse. Und zwar, ich hole mir mal ein kleines Schiffchen, was wir uns kaufen können. Du gehst mal kurz hier rüber. Das muss ich nur ganz kurz erledigen, dass ich die da runter schicke, dass wir uns hier eine Insel aufbauen mit einer Verteidigung. Dass die Amara das Ding nicht wieder einnimmt. Weil ich hier so überheblich, äh, mich da zur... Ein Feuer ist ausgebrochen. Das wird schon genommen. Ähm, so. 50 Ziegel. 40 Kanonen. Und 50 Bretter. Und dann fährst du bitte... Da hin. So, und während der hier runterfährt... Kriegerkleid. Bald haben wir keinen Krieg mehr, glaub mir. Da werde ich für sorgen. So, dann werden wir uns mal ausrichten und fahren... Hier, nein, da durch. Die Flammen wurden gelöscht. Schiff unter Beschuss. Und da werden wir beschossen? Flotte bereit zum Feuern. Na, dann räumen wir doch hier schon mal auf. Feindliches Ziel erfasst. So, ich bin versichert. Ja. Feindliches Ziel erfasst. Schiff. Mach ich da unten? Von wo ist noch angegriffen? Ach, von drüben. Na, erstmal sammeln. Schiff unter Beschuss. Naja, wir kommen jetzt. Die Waffenruhe wurde beendet. Die Waffenruhe wurde beendet. Die Waffenruhe wurde beendet. Schiff unter Beschuss. Würde ich mir auch einreden. Vielleicht von oben doch eher? Nee. Wir könnten die uns hier rüberballern. Machen wir erstmal den hier. Wir machen doch erstmal den. Lotto legt ab. Ah, das ist ihr Hafen. Schiff unter Beschuss. Setzen Sie den Angriff fort. Oder die Belagerung endet. Erstmal den hier. Erstmal die Kleininsel. Schiff unter Beschuss. Das Schiff wurde zerstört. Ja, das ist nicht so schlimm. Sehr schön. Wer austeilt, muss auch einstecken können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir noch. Hier ist die Schlüssel. Aber ich werde immer noch hier sein, in gewisser Weise. Die Feierlichkeiten sind beendet. Hm, nee, dann. Das hätte nicht besser laufen können. Ich gucke mal, ob ich es hinkriege. Aber die haben hier auch noch eine Anlegestelle, ne? Du bist auch eine Anlegestelle. Das heißt, die müssen wir wegbauen und die... Nee, das ist ja gleich nicht mehr. Hoffe ich. Schiff unter Beschuss. Was, wo? Was, von hier? Okay. Die Flammen sind außer Kontrolle. Bereit zum Feiern. Ich bin bereit zum Feiern. Ich bin bereit zum Feiern. Oh, jetzt wird's schon knapp. Oh, nur noch drei. Äh, nee. Moment, wie können die sich denn noch aufbauen, wenn die überhaupt gar keinen... Geh zurück, bist du... Das ist das große Problem. Na geil, weg ist es. Wie können die sich denn hier bitte noch aufbauen? Ich hab den kompletten Konter weggeballert. Okay, es war ein bisschen übermütig. Wir lahmen etwas. Ja, so kann man's auch nennen. So. Oh, Stahlträger brauchen wir noch. Okay, wie wir als Stahlträger, ne? Ja. Schick ich die hier hoch. So, wo hab ich denn hier gerade reingehalten? War das hier? Nee? Welche Insel war das? Sie den Angriff fort oder die Belagerung endet. Welche Insel hab ich denn hier gerade beballert? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Wo ist denn Gebäude Raub der Flammen? Da. Alles klar, kriegen wir doch hin. Äh, wo hab ich denn hier gerade angegriffen? Hier nicht. Da nicht. Jetzt muss doch hier irgendwo gewählt... Ah, hier. Den hab ich weggeballert und dann bin ich von schräg gegenüber irgendwie attackiert worden. Oh, ich hab attackiert, das weiß man nicht so genau. Hä? Wo hab ich denn hier angegriffen? Den Hafen wollte ich mir eigentlich ursprünglich holen. Hier hat grad die Ernte Dankfest. Hier. Die Insel. Er setzt seine Felder und Wiesen entstand. Er pflüget den Boden, er eckert und sät. Und rührt seine Hände frühmorgens und spät. So, mal gucken, wie es mit der Diplomatie jetzt aussieht. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die will immer noch keinen Waffenschild schlagen, die ist immer noch sauer. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Naja, immerhin. Wir haben ein paar Inseln geholt, haben uns ein bisschen gerecht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Neue Ziele? Das hätte nicht besser laufen können. Hier sammeln wir uns mal, würde ich sagen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Das ist doch fein. So, ich muss hier Material holen. Und zwar, was habe ich gesagt? Stahlträger waren das? Ich nehme auch mal ein bisschen Glas mit. Und ich würde sagen, wir nehmen auch noch ein bisschen Holz mit. Und dann fahren wir das Ding hier runter. Schöne große Insel. Gut aus mit den Bergen im Hintergrund. Malerisch. Große Flächen. Können wir auch was Schönes drauf aufbauen. So, aber das Ding hätte ich schon ganz gerne hier. Nö, nö. Ist schon alles gut. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht zulassen. Das entscheidet das Geld, würde ich sagen. Du hast wohl vergessen zu fragen. So, mehr hat sie doch nicht, oder? Hier oben sind zwei Schiffchen unterwegs. Hier haben wir einen Anteil gekauft. Hier haben wir einen Anteil gekauft. Dort haben wir einen Anteil gekauft. Hier. Bei den Piraten können wir keinen Anteil kaufen. Die lassen sich nicht kaufen. Ja, gefällt mir gut. Also ich bin zufrieden mit meiner Rache. Wenn man sich in der Diplomatie jetzt nochmal das Kräfteverhältnis anguckt mit ihr hier. Ja. Ist sie immer noch stärker als ich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Müssen wir auf jeden Fall noch was tun, ne? So, der ist wieder repariert. Hier ist niemand mehr unterwegs. Hier sind sie nicht unterwegs. Und das ist das Handelsschiff, genau. Angeblich kann man sich bei den Piraten Schiffe kaufen. Ne, ist hier eine Halo. Haben wir noch einen Pirat? Ne, ist er. Die KI hat hier vielleicht irgendwas zu verkaufen oder so, dass ich hier noch ein bisschen Firepower mitbringen kann. Wow. Ein Öltanker. Nice. 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 So, wir gucken mal, ob unser Schiffchen hier angekommen ist. Ist das unser Transportschiffchen? Will ich mal ganz kurz hier beschleunigen, um die Verteidigung unten aufzubauen. Aber es fühlt sich schon gut an, dass wir hier mal ein bisschen, ne, hier ein bisschen Gas gegeben haben. Rosa Contour mit Kanonen und Reparaturkran. Das ist schon sehr, sehr gut. Gut, da bin ich schon sehr, sehr zufrieden. So, wo bleibt unser Schiffchen? Von da oben kommst, ne? Oh, warte mal. Ah, du bist das. Weißt du was? Dann verlagere ich jetzt mal kurz meine Schiffchen. Nämlich, ähm, hier runter. Am Ende bist du doch keiner von uns. Ja, wir haben nie gesagt, dass wir einen Pakt haben, ne? Oder hab ich ihren... Doch, ich hab, glaub ich, irgendwas zugesagt. Schiff unter Beschuss. Neue Befehl. Zum Glück sind sie gute Schwimmer. Wow. Haben die eins von unseren Schiffen weggemacht? Haben die eins von unseren Schiffen weggemacht? Schweine. Anlegestände. 75 Ziegel. Ich kann hier schon mal bauen. Würde ich sagen, so. Dann brauchen wir hier einfach nur die Ziegel. Und irgendwie ist hier ein Schiffkappeister gegangen mit der Zeit. Wahrscheinlich breitet die sich jetzt hier drüben aus, ne? Weil in der alten Welt hab ich ihr da eins auf den Latz gebrannt. Wenn sie nicht für mich einstehen, wäre das eine schreckliche Kränkung. Neue Ziele. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Belagerung endet, naja, also, das sind, also, ja. Alles hübsch. Die Presse korrigiert. So. Ähm. Setz ich auch wieder an. So, brauche ein bisschen, bis er das aufbaut. Aber wir können das hier reparieren lassen. Das klingt doch super. Sehr schön. Da fehlen jetzt noch Kanonen. Schiff vom Stapel gelaufen. Flotte erwartet Befehle. So, mit sechs Stück. Ist halt die Frage, inwieweit man, was ist denn hier unten eigentlich los, zum Beispiel? Hier hat auch keine Weite. Doch, die hat mehrere Anlegestellen. Also, die Insel einzunehmen, wird schwierig. Hier hatte ich doch, hatte ich hier nicht angegriffen eben? Jo. Ah, die baut hier. Guck mal, da hat noch eine weitere Anlegestelle. Die baut sich gerade wieder auf, die KI. Aber die hat doch hier keine... Ich verstehe vor allem nicht, warum ich die Insel nicht erobert habe. Ich dachte jetzt... Hm. Weißt du was? Schiff unter Beschuss. Was ist denn hier los? So. 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 Genau, ich schicke nämlich jetzt hier mal ein bisschen Verstärkung rüber. Weil ich das Gefühl habe, dass sie nämlich hier auch angreifen. Was ist mit ihm hier? Ja. Achtung! Admiral anwesend! Noch eins von meinen... In die Takelage! Neue Ziele? Ihr Hafen wird angegriffen. Und tschüss. Wieso kann ich das nicht einkaufen hier? Ihre Geister werden dir folgen. Nein, das verstehe ich nicht. Ja, finde ich auch. Hä? Wieso kann ich denn... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Belustigend! Was? Wieso kaufe ich denn jetzt Inselanteile mit ihr? Die Namen wurden gelöscht. Oder habe ich es an sie verkauft, an die Königin? Ich kann es nicht erkennen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ach, das war der einzelne Hafen Hier ist ja der andere Und hier habe ich auch noch ein paar Schiffchen Die ballern hier ab und zu Gegen den Hafen, das ist nicht so schlimm Kriegsschiff meldet sich zum Dienst So Achtung, Admiral anwesend So Nehmen wir dann hier an den hier, oder? Ja, der ist klein Das sind Prozesse, mit der bin ich nicht im Krieg Na, wo kommen sie? Da oben kommen sie Na, der hat hier allgemein sehr wenig Verteidigung In den, in den, ähm In der neuen Welt Das ist wahrscheinlich ein Kinderspiel, den ein bisschen zu ärgern Spielstand gespeichert So Ähm Minus 1 So, dann sagen wir doch hier mal hallo Ach, schön Schiff unter Beschuss Immer noch hier sein Immer noch hier sein, in gewisser Weise Formation einnehmen Es trägt ihre Handschrifte Jeder einzelne wird gerecht werden Ja Ja, ihr Lieben Ein guter Zug, Schätzchen Ich habe jetzt am Ende, habe ich so ein bisschen meine Rache walten lassen gegen die Omara Weil es einfach auch Massiv genervt hat Aber im Endeffekt war ja Aber im Endeffekt war ja die, ähm Ach guck mal, jetzt noch mehr Ah, dann gehen wir doch auch hier drauf Hier, die Schlüssel Aber ich werde immer noch hier sein, in gewisser Weise Na, schicken die sich nicht Schiff unter Beschuss Leute Hä? Schiff unter Beschuss Ich wollte noch ein bisschen Rache üben Ja, was ich, was ich sagen wollte ist, ähm Ich wollte einfach ein bisschen Rache üben hier Volltreffer Ähm Schiff unter Beschuss Mal gucken Hast du jetzt deine Lektion gelernt So, ich muss mich kurz konzentrieren Schiff wurde zerstört Oh, das wird jetzt aber eine knappe Kiste Haben wir Wer austeilt Muss Auch einstecken können Finde ich auch Hier, die Schlüssel Aber ich werde immer noch hier sein, in gewisser Weise Schauen wir nochmal auf die Diplomatie Ja, in der neuen Welt Habe ich auch mal kurz Hallo gesagt Gebäude wurden zum Raub der Flammen Ja Da sind nur noch zwei Schiffchen übrig Die schicke ich jetzt mal Da ist wieder unten die Insel Das kommt doch alles ein bisschen zu spät Dein ganzes Glück da mit all den Inseln Naja, ich hole mir jetzt die Inseln Das ist einfach, ja Ihr Lieben 26 Minuten Ich habe ein bisschen Racheaktionen betrieben Ich könnte jetzt noch weitermachen Weitere Schiffe bauen Wieder die Diplomare ärgern Und, 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 und Ähm Langfristig Resümee von der Kampagne Fand ich gut Hat mir Ja Du findest, das war ein Sturm Das war nichts Kriegst du den Ja, gar kein Problem Ähm Hat mir sehr gut gefallen Ähm, Ando gefällt mir sehr, sehr gut Aber es ist für mich ein Livestream-Spiel Weil ich bin dann doch eher Auf längerfristig ausgelegt Und jetzt jeden Tag eine Folge Auf die ich Ähm Hier, ähm Ando zeige Ähm Da spiele ich lieber live Und in aller Ruhe Mit Rücksprache, mit dem Chat Und, 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 und Und ich habe es ja schon mal länger angekündigt Ich denke mal, dass ich, ähm Dann eher so einen Livestream Oder sowas mal hochladen werde Hier auf YouTube In Häppchen Wenn ich dann Ando zocke Und, ähm Aber als Let's Play Habe ich jetzt die Kampagne durch Ich habe mich Anomara gerecht In der alten wie der neuen Welt Wir können ja nochmal Hier in die Alte Welt zurückkehren Ähm Selbst das steht sogar noch Also ich habe hier Diese Handelsroute Habe ich auf jeden Fall Ähm Habe ich, ähm Frei gemacht Oh, das ist aber nicht schön Ich finde das schon sehr attraktiv Ähm Und ich habe so meinen Abschluss gefunden Jetzt mit dem Let's Play hier Beziehungsweise der Kampagne, ne Also ich finde Grundlegend Gefällt mir dann doch ein freies Spiel besser Wo man dann einfach in Ruhe Schön groß ausbauen kann Und das werde ich aber Wenn dann im Livestream machen Wir finden andere Aufbauspiele Außer Anno 1800 Als Let's Play Beziehungsweise werde ich dann Vielleicht einen Livestream hochladen Und euch Somit zeigen Ähm Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß In Anno 1800 Und wir sehen uns Zum nächsten Let's Play Oder in der nächsten Let's Play Reihe wieder Macht's gut Bis dahin Und viel Spaß beim selber zocken In Anno 1800 Tschüss